Meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal zu einem kleinen Vorstellungsvideo von einem Minecraft Command Online Generator. Wir sind jetzt hier gerade auf der Seite von minecraftcommand.science. Ja, .science, das ist eine von diesen super coolen neuen Top-Level-Domains. Und ich habe diese Seite vor ein paar Tagen gefunden und fand die so geil, dass ich euch heute einfach mal vorstellen will, was man hier alles machen kann. Denn es sind wirklich einige Verbesserungen für Minecraft hier dabei. Als allererstes, die Seite gibt es auch auf Deutsch, weil die von einem ziemlich fähigen Schweizer Programmierer stammt. Der heißt Binary, soweit ich das weiß. Das heißt, wer unbedingt auf Deutsch spielen möchte, der kann das hier tun. Ich mache das allerdings auf Englisch. Was ist das für eine Seite? Minecraft Command Science heißt sie und es geht um Commands. Es gibt eine größere Datenbank mit allen möglichen User-Created-Commands. Es gibt diverse Generatoren, die wir uns gleich alle angucken werden. Und es gibt noch ein paar andere hübsche kleine Dinge, wo ich sage, hey cool, das musste ich früher mit der Hand machen, beziehungsweise andere Seiten nutzen und so gut aufgeräumt wie diese Seite, finde ich, sind relativ wenige. Deswegen stelle ich sie auch hier vor. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich öfters Vorstellungsvideo von Generators mache, weil da gibt es wirklich viele im Internet, dann sagt mir das, dann mache ich das. Die hier ist übrigens mit wunderschönen Bootstrap programmiert. Sieht man auch richtig gut. Aber gut, genug dazu. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mit dem Tool an sich an. Kommen wir als allererstes zur Command-Datenbank. Jeder kann hier Commands reinstellen und dementsprechend überflutet ist die Datenbank auch mit Bullshit. Es sind aber, glaube ich, einige ziemlich gute da drin. Wir lassen das mal hinzufügen. Ich kann eh keine Command-Blocks und gucken uns stattdessen lieber die Top-Commands an. Da gibt es One-Commands aller Arten. Ziemlich coole Dinge. Auch hier nochmal die Erwähnung. Solltet ihr wollen, dass ich da vielleicht einfach mal ein paar vorstelle. Erinnert mich so ein bisschen auch an so eine Online-Top-Liste, wie es, was weiß ich, auch bei diesem komischen Spiel, dass immer alle zocken. Wie heißt denn das? Happy Wheels. Genau, wie es bei Happy Wheels ist. Also solltet ihr wollen, dass ich mal ein paar vorstelle. Auch das lasst mich wissen. Wie gesagt, was weiß ich, Portal Guns in Minecraft. Kann man sich dann halt den Command hier durchgucken. Wenn ihr mal wieder abends lange Weile habt und der Meinung seid, hey, ich sollte mal wieder einen Command in Minecraft einfügen. Hier findet ihr eine ganz schöne, krasse Liste. Und das Geile, man kann die sowohl nach Command als auch nach Kategorie sortieren. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich hätte gern ein super cooles Buch, hab aber null Inspiration. Dann gucken wir einfach mal, ach, man kann ein iPhone als Buch iPhone 6 Plus. Alles klar. Kann man dann einfach draufklicken, kopieren und in Minecraft einfügen. Wie das funktioniert, zeige ich einfach mal gleich noch an einem Beispiel. Wir gehen aber einfach mal weiter. Das ist die Datenbank. Sicher ein sinnvolles Tool. Für mich sind die Generators, die Generatoren für Minecraft. Sagt man Generatoren? Generators? Generatoren. Aber wesentlich interessanter. Denn die sind wirklich gut gemacht und schön aufgeräumt. Wollt ihr zum Beispiel euer eigenes Custom Potion erstellen? So wie ich das mal in einem Video gezeigt habe, müsst ihr das nicht aufwendig in Minecraft selbst machen, sondern könnt das hier so machen. Sagen, ich hätte gern ein rotes Potion. Das heißt, Wahnsinn. Ich kann nicht schreiben. Wahnsinn. Und die Unterlinie ist, macht dich besser. Und als zweite Unterlinie, Hashtag Bibifone. So. Und dann sagen wir, Wahnsinn ist ziemlich krass. Da kriegst du Strength. Und zwar, ähm, stelle ich mal hier auf 2. Und du kriegst noch Speed. Und zwar einfach mal 5. Aber das nur für 30 Sekunden. Okay. Das ist jetzt mein Wahnsinns Potion. Wir scrollen dann weiter nach unten. Und, äh, hier haben wir weitere Optionen. Und dafür liebe ich diesen Generator. Viele Seiten bieten nämlich nur an, okay, du hast hier einen GIF-Command. Aber weh, du kannst das auch als Items sammeln. Du kannst es einfach nur anzeigen. Du kannst dir einfach mal einen Stack davon geben. Oder, und das finde ich auch richtig geil, du kannst eine Chest, die damit gefüllt ist, spawnen. Oder dir geben. Was ich auch sehr geil finde. Wir geben aber einfach nur mal den GIF-Command. Und dann sieht man hier auch wunderschön, ähm, gerade für NBT-Daten, die ja im JSON-Format vorliegen, sehr angenehm, diese, ähm, Auflistung quasi. Kann man sehr, sehr schön lesen. Könnte ich jetzt auch direkt übrigens in die Datenbank reinhauen. So funktioniert die Seite letztlich. Aber wenn ich sie in Minecraft verwenden will, klicke ich auf Minify-Command. Habe es dann wunderbar ohne extra Schnickschnack in einer Zeile. Klicke drauf, kopiere das. Gehe in Minecraft. Hier sind wir gerade in einer Flatworld mit Shader in der 1, 1, äh, 1, 8, 8. Weil für die 1, 9 gibt es das Tool noch nicht. Ähm, und dann sage ich jetzt GIFs, 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 Command-Block. Das sieht dann so aus. Dann haben wir einen. Und da kommt der Command rein. Und jetzt brauche ich nur noch einen Redstone-Block. Zack. Und hier habe ich den Wahnsinns-Potion. Und man sieht jetzt hier auch, ähm, dass es ziemlich Wahnsinn ist. Denn er macht mich besser. Hashtag Bibi-Phone. Ja. Und wenn ich den jetzt trinke, dann hat der Shader ein bisschen Probleme mit der krassen Hard-Veränderung. Aber ich habe ja auch gerade Speed 5. Also kann man schon mal machen. Achso, es war einfach so, ne? Ne, es ging, hieß doch Clear, oder? Ja, Clear heißt das Ding. Sehr gut. Also machen wir weiter im Geschäft. Das ist der erste Generator. Und davon gibt es dann noch viele mehr, die ich jetzt ein bisschen schneller zusammenfasse. Man kann auch Tools und Waffen sich generieren lassen. Hier dasselbe Prozedere wie gerade eben auch. Und ich finde es halt super sexy, dass man direkt die Vorschaubildchen sich auswählen kann. Dann gibt es natürlich gerade auf Tools so gewisse Extras, wie zum Beispiel Max Health. Was eine ziemlich fette Sache ist, auch für Mapmaker, für Custom Maps. Weil man damit die Health tatsächlich von einem Spieler bearbeiten kann. Da vielleicht auch irgendwann... Ich sehe so Generators und denke, da kannst du so viele Videos zu machen. Aber ich stelle mir vielleicht erstmal vor. Und natürlich können wir das auch direkt entschaden lassen. Vielleicht hier an der Stelle einfach mal die Erinnerung. Nur weil ein Generator, wie ihr ja hier sagt, es geht nur bis 5. Heißt das nicht, dass etwas nur bis 5 ginge. Wenn wir jetzt hier runter gehen, dann sehen wir es in fertigen Command. Sagen wir wieder Minify. Der wird dann automatisch auch ausgewählt. Das finde ich sehr angenehm. Den kann ich direkt aus der Konsole ausführen. Und da haben wir unser 14 Attack Damage mit VIII. Also Enchantments haben kein Cap in diesem Sinne nach oben. Oder vielleicht ein sehr hohes, von dem ich nichts weiß. Nächster Generator. Es gibt dasselbe auch noch für Armor. Nichts Besonderes an der Stelle. Genau dieselben Sachen kann man sich einfach mal angucken. Kann man direkt enchanten. Kann man auch Sachen unsichtbar machen. Was ich sehr cool finde. Gerade zum Beispiel, wenn man hier so Attribute hat. Also es ist ziemlich cool. Doch, es ist ziemlich cool. Vor allem bei Leder kannst du dir direkt die Farbe auswählen. Da gibt es auch später noch einen extra Generator für. Den gucken wir uns gleich noch an. Dann haben wir noch einen Item Generator. Hier zeigt sich mal wieder die richtige Stärke. Ich klicke hier nämlich drauf und zack. Wir haben eine komplette Ansicht von den ganzen Items. Die ich mir hier zum Beispiel einen Grasblock mit dem Custom Name und was weiß ich was. Und nochmal extra Attributen. Dinge, die man sonst immer nachgucken muss. Sind hier wunderschön zusammengefasst. Als letztes haben wir dann noch den Head Generator. Der kommt schon mit einigen Köpfen. Zum Beispiel sowas wie diese Mini Chests. Die immer sehr beliebt sind. Und ich zeige dir mal ganz kurz, falls ihr die noch nicht kennen solltet. Die sind nämlich, eigentlich, da muss, lag immer kurz, weil du die Textur reinladen musst. Die sind nämlich ziemlich cool für Maps. Sind Köpfe mit der Textur von, ist geil. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Feature. Oder wir sagen eben, ja gut, wir hätten gerne von einem Spieler den Kopf. Dann sehen wir auch gleich ein Preview und alles. Wunderschön gemacht. Vor allem auch so Replace Head und Nearest Player. Da hat jemand wirklich mitgedacht. Okay, kommen wir weiter zum nächsten Generator. Und da sind wir schon bei den Special Generators angekommen. Und dem Grund, warum ich das hier überhaupt erst gesucht, äh, gefunden habe. Weil ich nämlich nach dem Villager Shop Generator gesucht habe. Ziemlich geil. Du kannst dir hier einfach einen Villager draus gucken. Wirklich, die GUI wunderschön gemacht. Kannst ihm einen Namen geben. Zum Beispiel Herbert. Und, ähm, kannst ihm dann auch so wunderschöne Dinge geben. Und das ist jetzt nicht einfach nur nach Attribut sortiert. Sondern es wird auch noch erklärt, was es ist. Vielleicht gerade für die Anfänger unter euch. Ein wunderschönes Villager, äh, Villager. Ein wunderschönes Feature. Kannst du also nicht sagen. Er soll die Klappe halten und nur rumstehen. Er soll keinen Knockback bekommen. Er kann sich nicht bewegen. Und er ist auch im, äh, Kreativmodus unsterblich. Aber er gibt trotzdem XP. Dann kann er auch, weißt du, es ist, es ist geil. Und dann hast du dieses Ding. Und kannst dir hier sagen, was er alles haben soll. Und dann deinen eigenen Shop hier zusammenbasteln. Wirklich die schönste GUI, die ich bis jetzt für so etwas gesehen habe. Dann gibt es noch so Sachen wie zum Beispiel Sign Generators. Da muss ich sagen, gibt es andere Seiten, die das besser machen als der hier. Deswegen sage ich da an der Stelle mal nicht viel. Ähm, allerdings kannst du natürlich nach derselben Manier dir auch deine eigenen Chests generieren lassen. Klar, warum nicht? Kannst du auch, was ich sage, ach, alles kein Problem. Super coole Sache. Wirklich. Wunderschön gelöst. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die noch nicht fertig sind. Und noch so ein paar zusätzliche Tools. Zum Beispiel, wenn du meinen verbackten Skin haben willst. Dann musst du den nicht aufwendig über den Datenbankbefehl holen, sondern kannst ihn auch direkt eingeben. Nichts Neues, aber ganz cool. Und das, was ich gerade eben zur Lederfarbe gesagt habe, muss ja immer erst konvertiert werden, wie man hier sieht. Minecraft Color Value. Gibt es aber dann auch gleich die fertigen GIF-Befehle hier. Und noch ganz zum Schluss, ein Title Generator, wo es auch wieder andere gibt. Trotzdem finde ich, dass der hier gerade im oberen Bereich und, ähm, so. Also, eigentlich sehr schön aufgeräumt ist. Kannst dir ja noch Sachen einfügen lassen. Was weiß ich was. Richtig schön. Aber gerade für Design und Title Generators gibt es andere. Aber gerade was zum Beispiel den Villager-Job angeht oder so Sachen wie Tools. Einfach von der GUI, also von der Oberfläche zum Arbeiten. Sehr, sehr angenehm. Und deswegen auf jeden Fall einen Blick wert. Und vielleicht verbirgt sich ja in der Command-DB noch der ein oder andere ziemlich lustige Command. Wie gesagt, an dieser Stelle. Wenn ihr wollt, dass ich mir mal so ein paar da rausgreife, dann sagt es mir, dann mach ich das. Ja, an dieser Stelle zehn Minuten, eigentlich wunderschön alles erklärt. Wollte ich euch einfach mal mitgeben. Vielleicht einer von vielen Generator-Pages, die ich in Zukunft vorstelle, wenn ihr das wollt. Eine echt geile Sache. Also Props an den Entwickler. Einer der schönsten Generator-Seiten, die ich kenne. Und jetzt seid natürlich ihr gefragt, welche kennt ihr noch? Also auf meiner Webseite gibt es schon eine ganze Liste, wo ich mal ein bisschen zusammengesucht habe, was ich alles so benutze. Aber ich bin ja natürlich auch nicht der klügste Mensch auf Erden und bin auch offen für eure Vorschläge. Denn vielleicht gibt es noch viel geilere Generators. Ich finde auf jeden Fall den hier ziemlich geil und wollte ihn euch mitgeben. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.